So, für unseren gemeinsamen Dammerabend am Freitag. Und wir meditieren jetzt ein bisschen in Richtung Chitta Anupassana. Und danach gibt es dann wieder eine schöne, hoffentlich schöne Lehrredenbesprechung. Vielen Dank. Wir beginnen den Achtsamkeitsrahmen Körper zu etablieren. Wir werden den Atem verwenden, unsere Aufmerksamkeit quasi in den Körper hineinzuziehen. Jedes Ein- und Ausatmen genießt unsere größtmögliche Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Ein- und Ausatmen hilft uns dabei. Uns in diesem Achtsamkeitsrahmen Körper wiederzufinden. Das ist jetzt unser Interessensgebiet. Die Welt, in der sich unsere Aufmerksamkeit bewegt. Das ist jetzt unser Interessensgebiet. Das ist jetzt ein Interessensgebiet. Und dann ist das ein Interessensgebiet. Vielen Dank. 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 Aus der Beobachtung der Sinnesgeschehnisse Rhythmen. Vielen Dank. Optische Reize gelangen auch durch die geschlossenen Augen noch rudimentär zu uns. Auf die Gegenwart. zu bestehen. In den roten Faden. des Atem. des Atem. Und... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.